Berserker, Alter! Oh shit, haut der rein! Ein herzliches Willkommen zu Valheim. Dabei sind natürlich immer wieder der Neo-Degree. Hi. Dann der Daza Osamu Chuan. Servus. Ja, und natürlich auch Silberweiss Gamgee. Guten Tag. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben und haben die ersten Dungeons erfolgreich gemeistert. Und Daza, alias der Baumeister Odins, hat diese wunderschöne Brücke gefertigt. Ja, Hishpaw muss sterben aufgrund von Technologien, die wir dringendst benötigen. Wir brauchen mehr von diesen Surtling-Kernen. Von daher würde ich sagen, wir waren uns wieder in Dungion. Okay, wir können eigentlich direkt aufbrechen, oder? Ja, ich auch dabei. Ich bin dabei. Ich habe wieder die Bienenkönigin. Ja, das ist giftig. Oh, gar. Grauzweggschamane hinter uns. Grauzweggschamane, ich bin giftet. Ich auch. Achtung. Schöne den einfach. Überwältigt ihn. Okay, er ist aber schnell gefeindet schon. Ja, kommt auch sein Bruder. Wo? Aber es ist nur ein normaler. Es ist nur der Plepp. Geil. Es ist nur der Plepp. Oh, Skelette. Hier ist irgendwo der Dungeon, genau bei dem Skelett irgendwo. Das ist er doch. Freilich was. Nee, Alter. Rainer. Da rein in die Grabkammer. Oh, 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 hier sind gleich welche. Achtung. 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 Achtung, hier. Achtung. Oh, sorry. Oh, shit, Alter. Sterne in den Skelett auch. Alter, der Geist, wie viel hält er aus? Ja. Ich bin gleich tot, shit. Ich bin gleich tot. Ich hab nur 16. Nach hinten, nach hinten. Scheiße. Abbruch. 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 Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah, es sind zu viele. Abbruch. Ah. Ah, ich kann fliehen. Ah, sie verfolgen mich nach draußen. Wer, diese Scheiße. Die Rote wurde völligst vernichtet. Ich lebe noch. Komplett. Ja, Jones, da haben wir jetzt aber eine Reise vor uns. Ja. Komm, Mr. Silver, biete uns Eskorte. Ja, pff. Ich laufe schon völlig entgegen. Ich habe schon erwartet eigentlich, dass du solidarisch mit uns stirbst. Boah. Schwierig. Okay, sorry. Der Wikinger ist das eigentlich der Brauch, aber egal. Sind wir diese Fake-Bräuche, oder? Aufs letzte Mal so, dass wir dich so mit Liebe überschütten müssen, weil du einen Hirsch getötet hast. Ja, nee, als Jäger, als Erfolgreicher ist man anscheinend der Buma, ich verstehe. Äh, Wikinger ist das Brauch, dass Papaks jeden Tag 10 Goldtublone erhält. So, Leute, ich gehe mal rein und check die Lage. Ja, die Lage wird katastrophal sein. Warte mal. Kann ich das schon mal vorher spoilern. Also, ich versuche rein und raus. Ich gehe auch rein und raus. Nee, um mich gehen raus. Das Skelett, das Skelett habe ich. Rein und raus, John. Oh Gott. Und raus. Oh shit. Oh Gott. Ich habe mein Zeug. Und raus. Oh. Nein. Komm raus. Schnell die Rüstung anlegen. Alles anlegen. Dann macht die rechte Tür zu. Einer macht Licht, ich komme mit rein und kämpfe. Okay, ich gehe rein. Ich mache die Rüstung. Wir müssen, du machst eine Tür zu. Achtung, Abbruch, das ist ein Hinterhalt. Ja, das ist so. Au, Jungs. Abbruch, Neo, komm zurück, zurück. Alle raus. Zurück, raus, sammeln, sammeln. Rückzug sichern. Achtung. Okay. Service. Achtung, hinter dir, da sei. Eins ist da und eins ist da und eins ist da und zwei sind da und sichert den gesamten Raum. Das ist auch offen. Da kommt einer. Da kommt einer. Oh, hier ist so ein Kern. Sehr wichtig. Ich habe so ein Kern. Okay, wichtig. Ich glaube, jetzt haben wir schon genügend für den Ofen. Achtung, da sei, du bist immer noch in Gefahr. Macht er denn die Tür kaputt. Macht sie wieder zu. Da kommt einer. Er hat sie zerstört. Schildwoll. Also einen zu viert. Muss schon mal passen. Ihr wollt den Hirschbäu erledigen? Heißt da oder? Ja, er ist alleine. Hier sind ja tausende. So, können wir erstmal einen Gang gehen, bevor wir alle Türen öffnen? Ja. Das Skelett hat die Tür geöffnet. Ja, ich meine ja nur. Hier erstmal links, oder? Sieht auch wertvoll aus. Rückzug! Da ist ein! Was ist Rückzug? Komm, eine Verstärkung auf der linken Seite. Komm raus, guck raus, da ist mir Platz wie in der großen Halle. Hier ist mein Platz. Auf einen, los! Alle drauf! Angriffsformation Delta! Angriffsformation Delta eingenommen. Was ist das? Ich glaube, da war noch was drin. Ja, da ist was drin. Angriffs! Ich glaube, ihr müsst das Nest töten. Das Nest! Töte das Nest! Rein, 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 rein! Ah, es sind zu viele! Raus, raus, raus! Rein, rein, rein! Lass mich raus! Den Rückzug nie blockieren! Ja! Nie blockieren, Anni steht rum. Scheiße, 60... 60 hier. Sehr gut! Mach die fertig, er hat nur noch einen HP. Sehr gut. Stark. Jetzt, start! Das Nest! Jetzt rein! Reiß rein! Rein! Ah, ich hab Platz! Oh, da seh ich schon wieder die ganzen Würfel. Geil. Ja, holt die Würfel, holt die Würfel! Jeder ein! Oh, wie geil, Alter. Registrierter Ort! Der Uralte, ganz unten ist ein neuer Boss. Oh, oh Gott! Viel zu weit weg! Aber wir haben genug auf jeden Fall für die Schmelze jetzt schon. Das ist nice. Okay, nice. Rückzug! Zurück zum Tor! Ja, nix Rückzug. Erfolgreich, äh... Rückzug impliziert, dass wir irgendwie versagt hätten. Ne, also... Wir haben ihn erobert! Ja, wir haben ihn erobert, aber wir müssen jetzt durch den Wald in der Nacht. Ja... Oder sollen wir hier... Können wir hier Zwischenlager aufbauen, dass wir am Tag gehen, oder... Ich steigere meine Schleichskiss. Ja, okay. Ey, 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 ey... Wir wollen uns nicht lieb. Genau um das Feuerlein. Sieht aber wirklich so aus, wie du zum Feuertanz machen, wenn du schleißt. Ich check kurz die Gegend. Ah! Der Schrei. Ja fast ins Feuer rein gedrängt. Wir machen einen Feuertanz. Ich werde gleich ins Feuer geschobst. So ist es schon. Neblicher Holz fällt mitten in der Nacht und die anderen tanzen ums Feuer, Alter. Entschuldigung, dass wir unsere Bräuche pflegen. Ja wirklich, kann man denn so wenig Respekt vor den Göttern haben. Das ist echt so. Kein Wunder, dass es nicht klappt, wenn wir hier so einen Odin-Zweifler haben. Odin-Zweifler. Das könnte vielleicht schon die Verbannung aus Snoopheim bedeuten, sowas. Oh Gott! Oh shit! Abbruch! Wo war die Wache? Berserker, Alter! Oh shit, haut der rein! Oh Gott! Hau drauf! Abbruch! Verlagungstaktik! Wer? Wo war die Wache? Wer hat Wache? Wer hat Wache? Wer hat Wache? Ich fange an zu frieren! Au! Achtung, die Kleinen sind auch noch da! Ja, wir müssen uns um den Großen, der ist gleich down! Geht weg von ihm! Er ist down! Ab sofort gibt es immer einen Wachdienst! Grauzwerge ist eliminiert! Noch einer! Die waren zu dritt! Sehr gut! Sehr gut! Hey oi 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 oi! Hey oi oi oi! Hey oi oi oi! Hier unten? Ne! Ah da! Mein Inventar ist voll! Das müssen wir aufbauen! Mist! Ah ok! Naja, wir haben aber doch jetzt, wir können jetzt den Schmelzofen bauen! Das heißt zurück nach Nubheim und durch die Spitzacken schmieden! Und los! Hier durch den Nebel! Durch den Nebel! Achtung! Hier ist ein Dungeon! Rein! Echt? Boah! Ich hab keinen Platz mehr! Ich hab nichts! Ich hab auch keinen Platz mehr! Wir könnten höchstens schauen, ob wir noch ein paar von diesen Kernen einzacken können! So Dupletten könnten wir ja schauen, ob wir ihn kriegen, oder? Dupletten! Ich geh rein! Leute, das ist doch eine gute Idee jetzt! Ah! Ich sterb! Machen wir es da unten! Naja! Aber sie kommen hier nicht hoch! Ne, ich kann es schön mit Fall und Bogen kaputt machen! Hilf mir! Ich hab nur Ratte! Nice! Funktioniert sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Pass auf, sie sind zu zweit! Reiner! Ja, zu dritt haben wir eine gute Chance! Okay! Rein da! Da an der Tür! Hast du jemanden? Ja, hier an der Tür! Dann lock ihn raus! Ja, warte! Ich guck mich kurz um, dass kein Hintergrund kommt! Achtung! Oh! Achtung! Da kommen sie! Zurück! Oh! Es ist super dunkel! Ich seh nix! Dann kümmern wir euch drum! Ich halte das Licht! Ah! Hier ist mir ein Bogen! Bogen macht's an Zeug übel! Ah! Damatsch! 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 Längst von dir BW! Ja! Ich hab keine Pfeile im Erleben! Nice! Geh nach Kampf! Okay! Ah! Da hinten ist noch einer der Pfeile schießt! Ah! Vorsicht! Ich mache Licht! Ich weiß nicht was da passiert! Sehr gut! Boah! Ich höre so komische Geräusche! Das war echt schon, ja! Oh! Tür! Achtung! Oh nein! Oh! Abbruch! Zurück! Abbruch! 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 Wir müssen hier raus! Wir brauchen ihn. Auaگ! Auaáguau! Boah! Die machen dem Arsch! Swan is back! Okay! Schützt! Und raus! Erstmal! Alle, alle raus! Alle raus! Aua! Hier sind Krauzwerge! Achtung! Draußen waren Grauzwerge. Ein Sternen-Krauzwerge dabei! Oh ist da zwei党 T Wilderradeskuss, RWJS Oh! Hä? Ah, ah, der zieht ab, Alter. Ah, ah, lasst mich durch den Baum. Oh Gott, mein Leben. Er ist gleich down. Überlasst mir die Erde. Okay. Junx, ich würde jetzt mal Rückzug ordern. Bevor es dunkel wird, das würzt er mich schon wieder. Und los. Turbo. Turbo. Los. Da ist unser, da ist Noobheim. Wir sind daheim. Wir brauchen definitiv dann auch mal eben Turm und Mauern, oder? Für diese Raids, die auch immer mal kommen. Die Übel, ja, ja. Und Floß und, ach Gott, geh weiter. Ah. Ich probel sie hier mal gerade Kohle. Ich koch gerade mal. Kohle, Meiler, okay. Nee, da ist ein Hirsch drin. Wie kann er das überleben? Scheinbar, ja. Komm, Hirsch. Scheinbar, ja, mein Lord, scheinbar, ja. Hier, bist du sicher auf der Seite? Hm. Auf geht's. Auf geht's. Türen zu. Und auf ins Abenteuer. Wir gehen zu dem, am Süden, zu dem Altar, oder? Mhm. Oh. Okay. Oh, 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 kommt der Eckart. Schildwahl. Bogenschützen. Macht euch bereit. Kommt er hier? Er manifestiert sich. Okay, wie krass manifestiert er sich aber auch. Oh, Schild. Oh, ey. Schildwahl. 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 Es ist Odins Hirsch. Nee, den schaffen wir. Haut drauf. Er flieht. Einfach da. Achtung. Ah, ich zieh sein Alkohol, glaube ich. Ah. Ich zieh sein Leben. Ah, der ist easy, Leute, easy. Easy, easy, easy. Aber der Hirsch sieht der Hammer aus. Ja, weil ich aus Haustier will ich ihn haben. Geh auch. Das wär geil. Zähl mir den Job. Komm einmal noch, Herren. Er flüchtet. Es gibt keine Flucht für dich. Keine Haustau mehr zum Schießen. Und er fällt. Und bans. Sammelt alles ein. Ja. Nehmt alles aus Art. Und hier nochmal ein Trophäe. Nee, mir wird alles weggenommen. Die ist einfach riesig, die Trophäe. Ja, die ist echt riesig. Ich hab nichts bekommen. Ja, okay, Leute, das war easy GG. Kehre mit deiner Wächter-Trophäe zu den Opferstands zurück und bring den Göttern und Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind, sagt der Udin. Ja, dann geht man mal kurz zu den Opfersteinen. So ist es. So, ballerein die Trophäe jetzt da. Für das Glück Udins. Ja, woher? Udin. Jetzt da reinballern, Alter. Ne, wahrscheinlich hier. Ne, da an den Hirschen. Registrierte Worte. Ne, passt. Da ist ein fetter Hirsch auf dem Stein. Wo ist denn der Hirsch da? Ja. Alles zum Hirsch. Hin zum Hirsch jetzt. Geht doch. Also. Deine Fertigkeiten zu Sprinten und zu Springen sind verbessert. Sprung-Ausdaufer braucht minus 60 Prozent Springen. Sprint-Ausdaufer braucht minus 60 Prozent. Kraft aktivieren. E. E. Wie ist er schnell aktiviert? Der Uralte erwartet dich. Die Uralte, die Kraft. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Was? Verwende sie, wenn du sie brauchst. Ja, ich brauch sie immer. Äh. Na, der Uralte. Ja, man muss sie noch irgendwie triggern. Mit F geht's. Mit F. Oh, du aktivierst deine Kraft. Und die ist für 20 Minuten aktiv jetzt, faktisch. Okay, okay. Oh, wie viel Ausdauer man plötzlich hat. Wenn wir jetzt aber so weit nach Süden müssen, wäre fast eine Überlegung, so ein, naja. So ein Portal halt. Dass wir praktisch unser Gepäck packen und mal irgendwo einen Standort aufbauen. Oder ein Portal machen, ja. Der Portal auf jeden Fall völlig sinnvoll. Also ich würde definitiv jetzt mal genug noch von diesen Kernen aus den Dungeons sammeln, um dann auch ein Portal bauen zu können. Und dann halt Nord vor Ort ein zweites. Wer will mit dem Floß zum Nord, äh, Düsterwald? Ja. Da ist er, spring auf. Du kannst dich, nice, du kannst dich am Mast festhalten. Nice, Alter. Och, geil. Und los. Lass er die Expedition beginnen. Ach, ich muss, ich muss aktiv. Oh, jetzt hab ich's checkt. Lollinger. Nice, John. Okay, die Segel sind komplett gehisst. Es geht los. Oh, jetzt komplett. Oh. Okay. Sie, Sie of Thieves. Ich spiel nur noch das, Alter. Nee, wenn ich nicht der Schiffsführer sein darf, dann bin ich saudraubig, Alter. Du darfst das nicht sein. Nein. Jetzt brauchen wir nur noch die Bronze Nägel, dann können wir uns sogar schon das nächstgrößere. Sag nicht, dass es so eine Art Galeone gibt. No, ich sag mal nicht so viel. Oh, das ist schon mal. Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Ich dreh um. Wir sind gebrickt auf dem Ozean. Was? Ich kann mal schwimmen und versuchen, es anzuschieben. Wenn das geht, wäre... Geht nicht, oder? Bewegt sich's. Oh Gott, wie benutze ich denn die Leiter? Komm, lieber hoch, schug ich jetzt auf. Nein. Oh Gott. Alter, das war in allerletzter Sekunde. Nee. Oh, der Wind dreht. Es geht weiter. Oh Gott. Ich bringe uns hier zur Küste. Da ist es sehr richtig weit gekommen. Warte, schau bitte kurz, wie weit wir gekommen sind. Ja, ich hab's sehen. Ja, fahr noch ein bisschen an der Küste entlang. Ja. Schau dir die Grauzwerge an, wie sie da chillen am Ufer. Ja, da können sie auch bleiben. Ja, jetzt sind wir wieder brick. Achtung. Ich hab' alles repariert vorhin. Silberweiß kommt noch. Ja, jetzt sind wir zu weg. Warte, warte, ich dreh um. Aber schaffst du's bis hierher? Schwierig, Diggi. Du musst zur... Du musst auf die Leiter. Du musst zur Leiter. Nee, nee. Du musst zur Leiter, John. Zur Leiter. Wo ist die? Links. Ja, genau, oder? Leiter anvisieren und E drücken. Oh mein Gott, fast gefreckt. Kommt der hoch? Wir werden geändert. Achtung. Ja, also das ist ja maximal bescheuert. Ohne Witz. Okay, die Lärm ist wieder verschwunden. Ich lauf, das dauert mir zu lang. Du kommst denn an die Küste? Du stirbst. Er wird sterben. Er wird sterben. Na, er hat's geschafft. Aber jetzt sind wir auch daheim. Ja, ja. Sau unnötig. Das ist so einfach super unnötig. Ah, Troll! Wie schmeckt dir der Pfeil ins Gesicht, John? Lass es dir schmecken. Pew! Oh, voll daneben. Ah! Da ist er erst bei dir! Den müssen wir doch ausschalten. Erleck mich doch. Jetzt, wir packen den. Ja, die Pfeile machen echt nicht so wenig Schaden. Ich geh mal von hinten ran. Ah, Alter. Ah! Boah! Okay. Ja, den kennt man schon. Aber nur durch Ausweichen. Nee, Instant Gear. Okay. Kann mir jemand helfen mit dem Troll? Komm dir entgegen, BW. Wo bist du? Hier. Direkt vorm Lager, Jungs. Also, den Troll schaffen wir. Wenn ihr hilft. Mit einem Bogen, aber vor allem Bogen wäre gut. Ja, klar. Bin da, bin da. Und Feuer rein. Alter. Geht halt weg, ihr Kleinen. Die Gräulinge sind super nervig gerade. Übel. So nervig. Ich hab keinen Fall mehr. Ach du Wasser. Da ist er, glaube ich, erneut gestorben. Troll aber auch gleich down. Da ist gleich down. Oh Gott, hier kommt's. Oh shit! Hab ihn erwischt, hab ihn erwischt. Nice. Troll ist down. Was gibt er so? Troll-Trophäe. Troll. Oh, Troll-Leder. Uäh, alter. Oh, Troll-Leder-Helm. Neues Sachen. Es gibt's ja auch wie neue Sachen. Ja, dann lass mich mal schön lutschen, Schuss. Ich auch. Das klingt so falsch. Aber erst zurück, Zug. Erst zurück. Was brauchen wir für die Galerie? Nicht mal mit dem Floß zurechtgekommen, jetzt will er Galerie fahren. Ja. Ja, ja, doch. Das ist auch fragwürdig, Zug. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Da bin ich mir sicher. Puh. Marco, du warst an Bord. Weiß gar nicht, Diggi. Danke. Ja, dann können wir jetzt gleich die Schmiede bauen. Die Schmiede darf nie wieder ausgehen. Nee, du bist über Brenner durchgehend. Ja, der Ofen, meine ich. Da kommt schon Kopf heraus. Wir brauchen mehr Holz. Holz! Ja, Marco braucht Holz. Ich hier braucht ihr Holz. Scheiße, ich hol's. Ich denke, ja. Abax, hast du Zinn, zufällig? Ja, ich stelle gerade Bronze her. Nee. Jetzt habe ich es auch so, das sind von meinem Lager in die Truhe, denk mir so, shit, ins falsche Lager, geh zur Truhe, Abax, instant weg, Alter. Alter. Und hier ist eins, Miedmischung, Giftwiderstand, sehr resistent gegen Gifts. Geil. Also wir müssen jetzt echt auch mal gucken. Wer hat mich ins Feuer, wer hat mich ins Feuer reingeschubst, Alter? Vielleicht weiß ich. Nee, der Neo, Alter, der Atent hätte. Unsere Siedlung wächst und wächst. Und Trollhammer besiegt. Kupfer und Bronze konnten wir jetzt erzeugen. Ja, es geht steil bergauf. Ist doch ein guter Abschluss. Ist ein guter Abschluss. Dann war auf jeden Fall wieder nice, hat mir Bock gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Und ciao. Sosi Kondret.